Achso, ich war hier oben noch gar nicht, ne? Kann ich noch mal kurz machen. Oh Gott, ich muss gleich niesen. Tut mir leid. Es tut so gut, wenn es raus ist. Das sieht irgendwie nicht ganz gesund aus. Accounting, okay. Out, out, out. Hier hat ja gar kein In. Sechs Münzen hat sie In. Das sieht nicht gesund aus. Mal schauen, was wir hier noch alles klauen können. Kann ich von hier aus ins Wasser springen? Nee, noch. Noch. Da hinten steht irgendwas. Da hinten steht irgendwas. Was? Okay. Da hab ich mir gedacht. Na ja, gut. Wollen wir mal nicht so sein. Und mal uns langsam zu der guten Dame bewegen. Travel Log Entry? Hä? Achso. Okay. Okay. All right. Ready for me to drop you at the docks? Let's go see the streets where my father grew up. Off we go then. It won't do to be recognized. Ach ja. Karnika-Dogs. Wollen wir mal schauen. Irgendwieweit sich das Setting jetzt von Dunwall unterscheidet. I take you to Ademeyer by boat, but security is too tight. The Grand Guard have a watchtower there. Go inland and use the carriage station. Before his death, the old Duke of Sir Kono spent decades building up Karnika. After Duke Luca Abel took over, he started draining the wealth out of the city as fast as he could. Orgies and week-long feasts. Having more fun here than we were in Dunwall, it seems. Watch yourself on the way to Ademeyer. The Duke's given the Grand Guard run of the city. Strangers get attacked on sight. I'll keep my head. This is a good spot. Reach Ademeyer. Take out the Brown Killer. And find out where Sokolov was taken. The alchemist Hypatia. She'll help if she can. Sokolov likes her. I'll see you later at Ademeyer. Just wait to bring up the boat until after I've disabled the watchtower. Hmm. Your actions, was, affect the world around you. Ja gut, okay. Das ist, äh, im Prinzip wie im ersten Teil, ne? Nur da waren es nicht die Bloodflies, sondern die Rappen. Ups. Danke, danke. Das ist eine Rune. Äh, Bouncharme. Äh, Rune. Rune, Bouncharme. Beides. Nebeneinander. Okay, sonst ist hier nichts, aber das sieht mir ja auch schon relativ viel aus. Da ist ein 50 Meter, ne Rune. Ja, ja. Einballer. Was ist das? Das ist gut, Lion. Spiegel und Fisch. Vielleicht kostet mehr als was du verloren hast. Das ist ein guter Problem, Lion. Oh, danke, Remus. Alles gut. Es ist noch nicht fair, nur zu nehmen, was für uns war. Aber wir empfehlen, was du hast. Wenn es so wie du sagst, dann können wir uns über den nächsten Monat finden. Gut, gut. Schau, ich wünsche, dass ich ihn behalte. Ein Lagerhaus hier in der Nähe. Okay, Wahlknochen sind auch was wert. Gut zu wissen. Junge, Junge, Junge. Du hast auch mal bessere Tage gesehen. Hallo. Oh, hier wird es dunkler. Oh, hier wird es dunkler. Was war denn das? Was hab ich... Ungehe�. What if ya got for me? Oh, oh, you're kind. Thank you. If you want to get past that wall of light... I've heard people sneaking thru this... Blood-Fly infested apartment. Going through there will get you to the other side of that... Grand guard checkpoint. Ich hoffe, dass du keine Hilfe brauchst. Oh ja, genau, die Hände. So sieht es ja entspannend aus. Lass mich erst mal deine Ruhle klauen. Okay. Ah, Blueprints. Okay. Ach, hier ist die Ruhle. Ach, ihr kleinen Arschlöcher. Gier. Gier. Das ist, was ich habe, um dein Arschlöcher zu upgradieren. Ich habe doch Sleep Darts, oder nicht? Ich will nicht. Achso, ja. Habe ich schon. Okay. Alles klar. Reload, Speed. Püff, joch. Du solltest keine Kloppe halten. So, was wollte die Dame von uns? Da ist ein 90 Meter, 73, 77, 75, 80, 24, hallo. Verdammt. Gehen wir erst mal. Sieht aus. Breakable Door. Die sieht mir nicht so breakable aus. Wisse. Dann halt nicht. Ich habe etwas, das dich interessieren könnte. Okay. Ja. Ja. Mein Name ist Mindy Blanchard. Und du bist wie jemand, der geht in die Pläne, wo du nicht belongst. Willst du mir helfen mit etwas? Du schrauchst meine Arten, ich schrauchst du dir. Ich bin bereit, um zu den Attermeier-Institut. Kannst du mir helfen mit dem? Ja. Ich weiß, wie das tun. Du gehst einen Körper für mich, und ich werde dir helfen mit deinen Problemen. Okay, okay. Sonst haben wir hier, glaube ich, wenig zu tun. Noch mal kurz nachgedacht. Wir haben, glaube ich, zwei Runen jetzt wieder. War das so? Drei? Ich habe drei Runen. Das wird ja immer besser. Okay. Ach, ich wollte mir auch mal hier Mesmerize durchlesen. Das mache ich mal eben. Hallo? Achso. Hier haben wir sie drauf. Okay. Notice. 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 Das dauert länger. Drei Gegner. Vier. Okay. Hört sich interessant an, aber nicht allzu geil, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht. Das war ja eigentlich noch ziemlich cool. Alternativ ist das hier noch okay, und das hier noch okay, und das hier natürlich auch noch. Vielleicht wäre das jetzt ganz interessant für meinen jetzigen Quest mit dem Körper. Domino. Moment, wenn ich die zusammen verlinke und dann einen von denen umbringe, sind dann alle? Merken die das, wenn ich die verlinke? Das hört sich richtig cheesy an. Ich glaube, das will ich machen. Und ich werde enttäuscht sein, weil das irgendwie nur eine 2 Meter Range hat, um die Leute zu verlinken. zu verlinken. Lando. You eat the brave or desperate to accept this job. Smogflash. Bamamamam. Okay, wenn ich an einem Schwarm vorbei will, Entfernung halten und langsam bewegen. Okay, wenn sie anfangen zu glühen, habe ich Probleme anscheinend. Hm. Ihr lebt am Meer, könnt ihr nicht einfach wegfahren? Okay, wir schauen uns nicht an. Wir finden einen anderen Weg, um die Kugel zu machen. Und einen anderen Weg, um über die Wälder der Lichter zu gehen. Okay. Hier. Da ist der Bauernscham. Oh. Muss ich aber rein? Oh. Holy shit. Ehm. Oh. 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 Ist das ein Nest? Oh, anscheinend. Ich muss hier rein. Da kann ich mich nicht dran vorbeiporten. Okay, also ich kann die durchaus fighten. Das sieht sich sehr nah an, gerade irgendwie. So, in sind Diary Bowls. Und die hier. Ups. Hm. Sehr cool. Bone Charm. Jawoll, schauen wir uns gleich mal an. Taivian Ohr. Sehr schön. Ich glaube, das ist von unten das Geräusch. Achso, jetzt können wir uns mal anschauen, was wir hier für einen Bone Charm überhaupt haben. Äh. Ja. Ich weiß, ich will ja noch. Okay. Tricky Timing. So, gut. Ich meine, ich habe jetzt ja eh noch keine Auswahl für die ersten fünf Dinger. Da habe ich irgendwo hier noch. 63, 63, 63. Ich glaube, der Rest ist jetzt halt sonst wo. Okay. Okay. Was ist das? Blood Amber. Nice. Ich würde gerade sagen, das wäre Musik, aber das war wieder nur irgendein Viech. Oh, lecker. Äh. Äh. Die sind eigentlich gar nicht so schwer zu kontrollieren hier. Boah. Boah. Bo І. Deine sind. Das war ein. Was haben wir alles gerichtet? Okay. Interessant. Oh. Holy shit. Was tun wir? So viel Damage machen die jetzt auch nicht, wenn ich nur um 18 bin. Ich glaube hier ist direkt jemand um die Ecke. So. Ich habe diese Musik hier. 50 Meter, einigermaßen nah. Hier sind viele einigermaßen nah. Schauen wir uns nochmal eben auf der nächsten Etage um. Das sind so komische Geräusche hier. Hier muss doch irgendwas sein ganz oben. Das Spiel bringt mir Klavier bei. Wie muss ich denn? Ah. Einfach. Okay, was meinen die jetzt mit diskret heißt, dass ich kann mich hier auf gar keinen Fall in Wachen zeigen. Okay, das ist wahrscheinlich die Light Wall, hinter der ich jetzt gerade bin. Da sind zwei Dinger in dem Gebäude. Da unten irgendwo in dem Gebäude noch. Ich denke mal, ich werde erstmal in das Gebäude versuchen reinzukommen. Wo ist eigentlich... Wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich eigentlich hin? Wo muss ich eigentlich hin? Ja. Da muss ich hin. Da kommen wir nicht rein. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wenn du den ganzen Ort suchen, habe ich nicht Zeit für was ich mit. Hallo? Tschüss. Wer hier ist? Segen Sie sich. Ich hab hier mal echt keine Ahnung, wie ich da reinkomme. Okay, ich kann nicht ausstehen, doch. Was denn das hier? Nicht hier durch. Ach, da oben ist auch was. Oh Gott. Oh Gott. Da dum, da dum, da dum, da dum.